Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Wartepartel, let's play Catherine. Ich bin es, euer Demzirma Felix und im letzten Part haben wir sehr, 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 sehr viele Cutsdiennes gesehen. Und jetzt gerade schauen wir uns mal wieder in unseren Lieblingsbaum und der einzigen Bar, in der wir sind. Und ja, schauen wir mal, was hier die Leute uns noch zu erzählen haben und welche Leute überhaupt noch kommen. Schauen wir mal, wir können mal wieder die Jukebox machen, die haben wir schon lange gemacht. Was hören wir uns mal an? Yo! Ey, das klingt doch mal gut. Was? Nee. Hey, warte, 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 warte. Ja, Catherine, Catherine, Catherine. Oh, stimmt mir gar nicht, Tensei. In Nocturne. Sehr cool. Schimmi, Garni, Tensei, eine Rollenspielserie, auch in Deutsch Persona von, ähm, von, von, äh, ja, von auch Atlas Games, halt, die ja auch diese Spielstühne gemacht haben. Haben wir ein Geld oder was? Haben wir jetzt eigentlich mal Geld? Man kann ja mal hoffen, oder? So, dann reden wir mal hier mit Erika. Hey, sag Johnny in Orlando, okay? All diese Nightmare-Talks wirklich mich. Ja, wir haben erfahren, dass einer der Geist, die ja auch in der Welt, 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 die ja auch in der Welt. Wenn das alles immer noch passiert... Anyway, du musst nicht mehr überden. Okay. All diese Nightmare-Talks wirklich überden. Haha, ich glaube nicht. Schimmi, die ja auch in der Welt. Anyway, du musst nicht mehr überden. Okay. Ja, wir haben erfahren, dass einer der Gäste, der Daniel, gestorben ist, der war hier mit der lieben Anna zusammen, was ich sehr traurig finde. Und jetzt, äh, haben wir auch erfahren, dass Johnny unter Lande, also unsere Freunde, auch, äh, solche merkwürdigen Albträume haben. Naja, schauen wir mal, was so im Fernsehen läuft. Also, continue the story of the mysterious series of deaths. Nicholas Clark, age 29, was the latest victim. What a grisly story. Archie Wallace, age 28. Archie? Oh, my. Archie? These deaths are hitting close to home these days. Kevin Taylor, age 31. That concludes the current known list of victims. If we learn of any new information. Are you the type to see nightmares, Mr. Brooks? Yeah. Shit, can I remember them? Every night I've had them. Women aren't the only ones to get the marriage blues. Man asks everything from a woman, but when done so, he feels she is a burden. To pilfer the ponderings from a certain someone. It doesn't matter anymore. I figured it out. I want Catherine by my side. So I'm just going to settle things. I hope it leads to a good conclusion. Still. Steves' voice. I've heard someone before. Don't talk. Mutha's name to watch. Goodbye. Schlecht. Schlechter ist noch in diesen blöden Träumen. Ausstehen. Und schauen wir mal. Komm, noch mal mit jemandem reden? Schade. Ich finde es vertraucht, dass der Polizist hier nicht mehr da ist. Ich weiß doch schon, dass Archie nicht mehr da ist. Na ja. Archie war doch der mit der schönen Locke. So. Du bist gleich wieder da. Das ist aber schön. Ich denke, es war ziemlich schlecht. Sie immer schützt seine Probleme von uns, oder? Aber Chief ist so cool. Wenn ein von seinen Mannen sich schützt, er sich mit ihm bis zum Ende. Das ist sein Problem. Er muss es einfach machen. Mann, wenn ich eine Frau war, wäre ich all over. Ich sage ihm das, wenn er zurückkommt. Ich bin sicher, dass er es verlebt. Ich bin sicher, dass er es verlebt. Chief wirklich sieht leid aus. Ich bin ein bisschen schützt. Ich bin ein bisschen schützt. Oh, der Licker ist wirklich auf mich heute. Oh, Mann. Shit, ich bin so so tired. Warum bist du so tired? Just weil du ein schlechtes Traum hast. Du hast niemals mit soren Muskeln aus dem Sachen du in den Traum hast, richtig? Mann, ich so will dich schrauben. Ah, shoot. Ist das schon Zeit? Ich bin schon bereit. Wenn ich mit ihr verbreite, muss ich meinen Kopf klar halten. Hey, Vincent. Wir sind jetzt weg. Ja, ich bin auch weg. Gehst du schon wieder nach Hause? Ich will nur meine Gedanken organisieren. Okay, well, bemerkbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nummer 7 haben wir jetzt schon erreicht. Der nächste Albtraum beginnt. Ja. Die Schafe kommen wieder zusammen. Ein Schaf ist es jetzt leider weniger, da Archie gestorben ist. Aber schauen wir mal, wen wir jetzt so alles treffen werden. Denn in dem siebten Albtraum, theoretisch, müsste es doch der letzte sein, oder? Bilde ich mir das jetzt ein. Also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist das nicht der letzte? Oder wie war das nochmal? Nach wie vielen Tagen sind die Nummer tot? Ich weiß nochmal. Ja, okay. Der Wendelkord, dann wird es doch noch nicht das letzte sein. Ja, weil wir wissen ja, das aller, aller, allerletzte Level wird, ja, ähm, oh mein Gott, das sieht ja schon mal grässlich aus. Das letzte Level wird ja eine Kathedrale sein, das haben wir schon gehört. So, gut, dann schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, komm, aber das erste Level ist ja irgendwie immer das schwerste Level. Ich hab Angst. So. Also bis jetzt steht schon mal machbar aus. Ich will aber gar nicht wissen, was hier für grässliche Tricks schon wieder auf uns warten werden. Es wird in letzter Zeit einfach nur noch, oh, es wird immer grässlicher. So, machen wir das anders, so. Oh, das war schon wieder so blöd. Haha, ich bin so schlecht in diesem Spiel, ganz ehrlich. Das ist echt schlimm. So, kann man nicht einfach so. So. Und so, nein, das bringt halt nichts. Ah, ey, jetzt komm schon hier beim allerersten Level, das kann es doch nicht sein. Ich sag, beim allerersten Prüfung hier, schon wieder voll aus der Übung. So, machen wir mal zwei Blöcke dahin. Perfekt. Perfekt. Äh, dann kann man so, 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 so. Und jetzt so. Irgendwie, glaube ich, mach ich es mir gerade vollkommen umständlich, aber ich hab's geschafft. So, das ist doch das Wichtigste, auch wenn es irgendwie komplett schwachsinnig war. Naja, so, da oben sehen wir schon wieder ein Buch. Das heißt eigentlich, äh, es ist eigentlich klar, dass hier dann irgendwie wieder gleich diese hässlichen Viecher kommen werden. Oh, ich mag diese blöden Spinnenviecher nicht mehr. Oder Schafe oder, was auch immer hier kommt. Hier ist eigentlich alles schlimm. Sag mal nochmal, sag mal, ist alles schlimm in diesem Spiel. Bringt das was? Nee, es bringt komplett nichts mehr mit dem Block da rausziehen. Ach, keine Ahnung, einfach so, 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 so. So, jetzt haben wir schon mal ein Buch. Was ist da oben? Ein Killerschaf. Oh, hallo Killerschaf, na? Haha. Schafe sind tot. Kannst du ehrlich, diese... Warum wollen die uns überhaupt töten? Wir sind doch alle hier in der gleichen Patsche. Ich verstehe echt nicht, was die hier wollen. Ha, das sind echt keine netten Schafe. Warum hab ich das schon wieder gemacht? Warum mach ich das? Warum mach ich immer so blöde Sachen? So. 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 Ah, das ist ja ein Checkpoint. Den nehmen wir noch kurz mit. So, bevor wir jetzt hier nochmal runterfallen und dann hier gleich wieder alles neu machen müssen. So, äh, so, so, nee. Hm. Ey, das Level ist tricky. So. Es sind halt viel zu viele von diesen Steinen an den Blöcke da. So, und ja. Verdammt. Verdammt, geh weg, geh weg. Du blöder Block. Kann man den nicht irgendwie wegschubsen? So. Wie wird das? Dann so. Ah, und dann einfach so. Passt doch. So. Ah, okay. Jetzt hab ich den Trick hinter den Leveln hier verstanden. So. Muss ich hier so... Solche Treppen hier bauen? So. Okay, aber das scheitert jetzt schon mal. Nee, scheitert nicht. Natürlich nicht. So, komm. Ich sag, wenn man einmal den Trick in jedem Level herausgefunden hat, dann kann man die immer lösen. Aber man muss halt immer erstmal auf den Trick kommen. Egal, den brauch ich ja gar nicht. So. Hui. Checkpoint mitnehmen. Checkpoint, 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 checkpoint. Und jetzt heißt er laufen, 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 laufen. Ich hab keine Lust, dass ich nochmal Killerscharfe auf mich zulaufen und mich wieder töten. Laufen, laufen, laufen. So. 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 Warum brauch ich eigentlich schon wieder zwei Blöcke hin? Ich glaub, ja, doch, 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 doch. So. So. Ey, das ist schon irgendwie sinnvoll, was ich hier gerade mache. Oh, der auch nicht. Eher nicht. Nee, ist es nicht. Aber egal. Hm. Wenn ich den da hinschiebe, dann kann ich den da hinschieben. Dann den da hin. Dann so. So, 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 so. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. So. Das bringt mir jetzt komplett gar nichts mehr. Doch. Ah, komm. So. Manchmal ist das Klettern auf die Seiten teilweise unglaublich schwer. Ähm, doch, aber das ist schon die richtige Strategie, was ich mir herdenke. Oder? Oder? Hä, warum kann ich da nicht? Hä? Muss ich jetzt gar nicht verstehen, warum ich da nicht klettern kann. Okay. So. So. Hm. Gibt es noch Alternativen? Es gibt ja keine Alternativen gerade mehr. So. Ich kann den Block da hinschieben. Dann kann ich da aber nicht mehr hoch. Dann kann ich da hin. So. So. Ich muss den Block irgendwie hier nach links schieben und dann da hoch. Ha. So. So vielleicht. Kannst du da nicht hoch gehen? Oh, komm schon, Vincent. Hangel dich. Irgendwie. Warum ist hier kein Block? Wenn hier ein Block wäre, dann könnte ich das alles mit Leichtigkeit lösen. So. Äh, ich hab's mal verkackt, glaub ich. Also ich glaub, ich komm hier wirklich nicht mehr raus. Ich verstehe auch nicht, warum du den Block nicht mal runterfällst. Oh. So hab ich mir ja noch mehr verbaut. Zurück. 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 Zurück, wie es geht. Also. Situation nochmal beobachten. Dieser Block, den glaub ich, brauch ich. Ha. Wie hab ich das grad eben hinbekommen? So. Okay, dann hatte ich das da. Dann ist der Block jetzt runtergefallen. Okay. So. Wenn ich den Block jetzt da hinschiebe, komm ich da nicht mehr rüber auf die Seite. Aber ich kann jetzt einfach den Block da hinschieben. Dann bin ich da oben. Ja, jetzt bin ich da oben. Aber wenn ich hier oben bin, dann kann ich ja nichts mehr machen. Doch. Doch, 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 doch. Nein, jetzt hangel dich doch. Ey, das Hangeln ist teilweise unglaublich schwer. So. Und so. Haben wir es doch noch geschafft. Jetzt sag ich hier auch noch das ganze Gold. Das hab ich mir jetzt verdient. Und jetzt haben wir es geschafft. Level abgeschlossen. So. Erste Level hoffentlich war hier das schwerste Level. Denn das hat mich jetzt schon irgendwie voll überfordert. Aber das Wichtigste ist, dass wir entkommen sind. So. Ja, wieder sich als Bonus. Bla, 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 bla. Interessiert mich alles nicht. Ja, ja, ja. Oh. Was? Wenn mal jeder eine Goldtrophäe bekommen. War ich so gut? Ich hab doch eh die ganze Zeit noch wieder Zeit zurückgedreht. Egal. Egal. Das Wichtigste ist, dass wir es geschafft haben. So. Und jetzt lass uns mal wieder mit Schafen reden. Ja. Hört sich merkwürdig an. Ist es auch. So. Die Wendeltreppe. Ach. Ach so. Ja, natürlich. Die Wendeltreppe ist die Vorbereitung für den Altar. Oder? Würde ich jetzt sagen. Und danach. Oder. Was kommt jetzt? Also wenn ich jetzt tippen würde. Also theoretisch nach meinen Gedanken würden jetzt irgendwie. Also wenn es poetisch ist. Das Spiel. Ich weiß es wirklich nicht. Kommen jetzt noch drei Level. Einmal jetzt die Wendeltreppe. Dann kommt irgendwie die Kathedrale. Und dann der Altar. Also das würde ich mir vorstellen, dass das jetzt kommt. Naja. Aber schauen wir mal was danach. Was ist denn das für ein Schafen? Oh. Ein Killer Schaf. Sehr nett. So. Schauen wir mal. Ob wir unseren Freund hier finden. Der nach der Catherine verlangt hat. Also nach der anderen Catherine. Der schwarzen Catherine. Oder wie auch immer. Zumindest der Catherine, den ich weiß. Es gibt so viele Catherine in diesem Spiel. Do I know you? My head hurts. I've never given serious thought to death and dying. I've been running like there's no tomorrow. But who knows how long I'll last. Don't give up yet. It's not over. Das ist Orlando. Also kommt es doch klar, dass das ja Orlando ist. Das ist lustig. Das ist lustig. Meine Leger sind schützend. Das ist lustig. Ich bin schützend. 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 Ich bin schützend von diesem Ort. Aber... Ich kann noch nicht auf die eine Frau, die ich liebe. Geld und Macht, sie sind Obstakten zu dem, was ich wirklich will. Ich will die richtige Freiheit. Ich will nur die normalen Freiheit, die alle anderen haben. Hey, wenn du sie liebst, dann nicht gebt. Du? Oh, ich erinnere mich jetzt. Du hast mir gesagt, wenn wir Kinder gesagt haben. Okay, ich folge dich. Ich schaue dich das best, wie ich kann, wie wenn wir klein waren. Den kennen wir auch. Das ist der, von dem diese Frau, äh, von dem Anna erzählt hat, in der Bar. Das ist Daniel. Okay, aber den haben wir schon mal überzeugt, dass er weiterklettert. Das ist immer mal etwas. Warum ging er plötzlich weg? Wo ging er? Hey, es ist dich. Ich habe dich auch gesagt, dass du dich auch beschädigst. Verdammt! Schau dich, ich werde sie zurückkommen. Sie wird mir sein. Ich habe nicht gehört. Verdammt! 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 Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist drei Mal so viele wie jemand anderen. Ich habe so viele Tiere. Du kannst nicht so viele Menschen, oder? Nihil? Es macht mich... ...einzitiert für die Hunde. Hey, ich danke dir, während ich noch nicht bin. Was? Ich habe immer auf dich geschaut. Du hast nicht verraten. Ich habe so viel von dir gelernt. Ich bin dankbar für alles, was du für mich getan hast. Danke. Danke mir später, wenn wir beide am Ende sind. Ja, ich sehe dich auf der Bühne. Ich sehe dich auf der Bühne. Es ist eine Verwaltung. Oh, danke für deine Güte, du bist immer okay. Wir haben viele unserer Freunde verloren. Wir sprechen über Techniken. Ich fühle mich an dich mit ihnen. Wir setzen uns zusammen, um zu überleben. Ich erzähle dir über eine Technik, die ich gerade erwartete. Allow mir zu erklären, die Spide zurück. Wenn du dich befestigst, kannst du auf der Rückseite des Blocks gehen. Aber erinnere dich, die Kontrollen sind reversiert, wenn du du währenddessen bist. Wenn ich dich sehe, fühle ich dir, dass du weiter gehst, als ich. Oh, man. Keine Ahnung. Hey, ich habe eine andere Technik. Du kannst es immer noch machen. Allow mir zu erklären, den Fall Dodger. Wenn du einen Block unterstützt hast, schnell zu wo es war, um zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden. Es ist wichtig, zu vermeiden, zu vermeiden, zu vermeiden. Wow, ich habe das nie gedacht. Vielleicht bist du wirklich der Mann der Legende. Let's talk about Techniken. Let's put our heads down. I'll tell you about a technique. Allow me to explain, was... Schau, das seht jetzt wieder gleich. Ich habe gedacht, der Sack ist was Neues. Okay. Ja, ähm, natürlich, das ist natürlich Justin. Den kennen wir natürlich auch aus der Bar. So viele Schafe. Ach, der Polizist. Ach, Glück klappt nicht. Ich habe gedacht, der wäre jetzt schon tot. Great. Du bist auch sicher. Honestlich? Ich denke, du bist der einzige Grund, warum ich jetzt live bin. Du hast mir Techniken taught. Ich fühle mich auf jeden Fall, dass ich jetzt alles aufhören kann. Ich bin glücklich, dass ich es helfen kann. Don't let your guard down now. I feel like this is gonna be a long night. Don't let your guard down now. I feel like this is gonna be a long night. Jede Nacht ist doch eine lange Nacht, würde ich sagen. Und so mit diesem Mörderschaft wird es, glaube ich, nicht leichter. Na ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Lesbekämpfen. Gehen in einen Beischung und schaffen das nächste Level des Wendelfluss. Bis dann. Euer MZ-Fix. Haut rein. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.